Kippasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zum nächsten Teil unserer Reihe, denn jetzt wollen wir klären, wie soll dein erster Steroid-Cycle denn aussehen. Let's go! Und bevor du dieses Video anfängst, solltest du dir eigentlich den vorherigen Teil zu Herzen genommen haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich werde mir Mühe geben, diesen Teil deutlich kürzer zu gestalten als den ersten, deswegen fangen wir direkt an. Dieses Mal soll es darum gehen, wie sieht der ideale erste Steroid-Cycle aus. Und anders als bei den meisten Videos dieser Art, werde ich dir nicht meine persönliche Meinung aufs Auge drücken, wie ich glaube, dass es funktioniert. Auch nicht zu viel theoretisches Wissen ohne praktische Anwendung. Ich werde jetzt tatsächlich hauptsächlich über logische Fakten sprechen und über meine Erfahrungen im Coaching. Ich werde ein paar konkrete Beispiele nennen mit Athleten und mit Werten, die genau so stattgefunden haben. Ob du es glaubst oder nicht, denk dir, was du möchtest. Aber das ist alles genau so passiert und das ist meine Erfahrung, die ich mit dir teile. Ich habe nichts davon. Das heißt, ich habe nichts davon, ob du heute mehr oder weniger Testosteron nimmst. Ich habe gar nichts davon. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, dass ich dir einen realistischen Einblick dessen gebe, was bei mir im Coaching passiert ist und was ich beobachte. Dazu müssen wir ein bisschen rekapitulieren, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, und das ist der letzte und wichtigste Punkt, den ich nur wiederholen möchte, im besten Fall bist du sehr niedrig im Körperfettanteil und hast gerade eine sehr ausführliche Diät gemacht. Warum? Glykogenspeicher sind fast leer, Anabolispotenzial ist sehr, sehr hoch, Nährstoffaufnahme sowie Insulinsensitivität sind auf einem High. Das heißt, wir sind natürlich immer am Ende einer Diät irgendwo im Bereich des Katabolismus, aber Katabolismus birgt Potenzial, nämlich für Anabolismus. Das ist immer so. Und das bedeutet, wenn du gerade sehr, sehr viel Nährstoffe brauchst, so viel, dass dein Körper schon die eigenen versucht abzubauen, dann bist du sehr empfänglich für externe, neue Nährstoffe. Und die wollen wir haben. Und genau deswegen bringst du dich in diese Position. Und es gibt einen Enhance-Faktor, der ist wirklich so groß wie kein anderer. In diesem Punkt, am tiefsten Punkt einer Diät, den Rebound mit Testosteron zu starten, ist mit das unglaublich Anabolste, was du tun kannst. Das zeigt die Erfahrung. Und ich nenne dir jetzt ein paar Beispiele, die genau so passiert sind. Und du kannst sie selbst für dich einordnen, so wie du möchtest. Mein Athlet Paddy hat, nachdem er beim GNBF-Wettkampf in der Classic Physik den vierten Platz belegt hat, was sehr, sehr gut war. Ich hätte ihn weiter vorne gesehen, aber ich bin ja auch sein Coach. Alles gut. Hat er tatsächlich direkt danach angefangen. Na gut, er hatte drei Wochen, glaube ich. Die anderen waren ein bisschen schneller. Da waren auch andere, die haben schneller angefangen. Ich glaube, Paddy war relativ schnell. Und sein Wettkampfgewicht war bei 90 Kilo. Und Paddy war wirklich so dermaßen abgemagert, dass man sagen kann, der hat nichts gewogen. Wirklich gar nichts. Ich habe gerade ein bisschen in die Updates reingeguckt. Er nagelt mich nicht zu 100% auf die Zahlen fest, aber die Unterschiede, die ich jetzt nennen werde, die stimmen. Und wir wissen also, Paddy hat im Herbst 2022, da ist er auf der Bühne gewesen, 90 Kilo trockengewogen. Man muss dazu auch sagen, er ist relativ groß. Also 90 Kilo trocken ist schon sehr stabil, aber er ist auch sehr, sehr groß. Und insofern haben wir ab da direkt den Rebound von seiner trockensten Position gestartet. Dieser Rebound ging bis zu seiner nächsten Wettkampfdiät. Und er stand genau ein Jahr später, so ziemlich genau am gleichen Datum, wieder auf der Bühne. Und hatte da ziemlich genau 105 Kilogramm. Und er war genauso trocken. Ich glaube, es waren 106, 105, 104. Paddy wird es besser wissen. Ich habe die Updates alle hier, aber ich wollte euch einfach so ein realistisches Bild geben. Wenn man jetzt also sagt, der Gute hat komplett trocken 90, es waren so knapp 91, sagen wir 91, gewogen. Und hat dann komplett trocken ein Jahr später so um die 105 gewogen. 106, 105. Das sind 14 bis 15 Kilo, die er aufgebaut hat. Ich weiß, rein von der Logik ist das absolut unmöglich. Ich weiß, ihr denkt, das geht locker. Ihr denkt, ey, 15 Kilo Muskeln in einem Jahr habe ich doch schon tausendmal gehört. Nein, ihr irrt euch. Das ist Quatsch. Die Leute erzählen euch wirklich so viel Bullshit, wie viele Muskeln man aufbauen kann. Das ist nicht möglich. Ihr müsst einfach logisch überlegen, wie viele Muskeln kann man aufbauen. Hier treffen tatsächlich ein paar Szenarien aufeinander, die ihr euch nicht zum Vorbild machen solltet. Denn er ist ein absoluter Super-Responder. Er ist einer der besten Responder, die ich jemals erlebt habe. Das kommt wirklich dazu. Und er hat in der Zeit wirklich signifikant an sich gearbeitet. Uns ist in der ersten Wettkampf-Diät aufgefallen, dass er sich wirklich im Training, er hat furchtbar trainiert. Ich habe Paddy und Tobi, die zwei sind ein cooles Gespann, habe ich im McFit Wedding kennengelernt. Schon in meiner ersten Woche in Berlin habe ich die zwei das erste Mal gesehen. Die waren wie Pech und Schwefel und sind mir da schon aufgefallen. Und die waren tatsächlich, Paddy war ein bisschen dicker, kann man wirklich sagen. Und Tobi war einfach sehr klein und dünn. Und die zwei haben immer zusammen rumgehangen und trainiert. Ich mag die zwei herzensgerne. Das sind wirklich auch bis heute bei mir im Coaching und gute Freunde von mir. Liebe Grüße an der Stelle an euch. Und das Ding ist halt wirklich, uns ist dann aufgefallen, dass wir am Training sehr viel machen können. Und das hat er sich zur Aufgabe gemacht. Paddy hat dann wirklich sich mit mir die Personal Trainings nochmal ohne Ende reingezogen. Er ist mit mir immer wieder ins Training gegangen, hat sich zerstören lassen und hat das so gut er konnte adaptiert. Er hat also in der Zeit, in der er mit Stoff angefangen hat, hat er sein Training zu 100% optimiert. Wir haben natürlich seinen Trainingsplan auch angepasst. Er hat zu der Zeit sehr gut auf Volumen reagiert, hat er bekommen. Dann haben wir sein Training, wirklich seine Ausführungen, alles optimiert, seine Regeneration optimiert. Er hat unfassbar kluge Schritte nach oben mit der Ernährung bekommen. Also nicht alles auf einmal, sondern in einem langsamen Reverse und gleichzeitig eben Enhanced. Was passiert ist, ist, dass er unglaublich reagiert hat. Also wie gesagt, ich kann euch einfach nur die zwei Zahlen wiedergeben. Er war an beiden Einwagen komplett trocken und wir hatten einmal 91 Kilo und wir hatten einmal 104, 105, irgend sowas. Die Zahl spricht für sich. Insofern, was möchte ich euch damit sagen? Ich komme jetzt gleich zu dem Stack. Ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr ein gewisses Maß an Muskulatur aufgebaut habt, wenn ihr ein gewisses Maß an Kraft habt, dann habt ihr einen Anabolismus, der ist Wahnsinn. Und wenn ihr das noch enhancet mit Testosteron und das auch das erste Mal und euer Körper reagiert einfach unglaublich, ihr fliegt auseinander. Und klar zeigt sich da nochmal, ob ihr Elitegenetik habt oder nicht. Aber ich sage euch eine Sache, wenn ihr auf Testosteron nicht aufbaut, 99% von euch sind selbst schuld. Genetik oder nicht. Training stimmt nicht, Ernährung stimmt nicht, Kontinuität stimmt nicht, Körperverdanteil hat nicht gestimmt, irgendwas daran ist schuld. Und jetzt kommt der Hammer. Das waren 250 Milligramm die Woche. Fertig. Es war nichts mehr. Kein Scheiß. Und ich weiß, den meisten von euch ist das zu wenig. Die sagen, was? Es geht doch hier ums Deck. Wo ist der Rest? Was wurde noch dazu genommen? Nein, es waren 250 Milligramm die Woche. Erst kurz vor der Diät haben wir mal kurz NPP und Roster reingecycelt. Einfach so. Zum Ausprobieren, ein bisschen zu Enhancen, Gelenkschutz, ein bisschen mehr Kraft. Das war aber tatsächlich wirklich erst kurz vor der Diät. Das heißt, diese Muskelmasse. Er hatte netto insgesamt fast 30 Kilo zugenommen bis zur Diät. Das ist schon Wahnsinn. Und dazu muss man sagen, er sah sehr, sehr gut aus die ganze Zeit. Die Faktoren, die dazu geführt haben, habe ich euch eben erklärt. Und was hat das Östrogen gemacht? Wir haben regelmäßig Blutbilder gemacht. Das Östrogen würde ich dir raten, wenn du jetzt auf 250 Milligramm Testosteron gehst. Wie ich beim letzten Video gesagt habe, du machst zuerst das große Blutbild, bevor du auf Testosteron gehst. Dann machst du nochmal eins, vier bis sechs Wochen später. Mindestens vier Wochen dauert es, bis der Blutserumwert des Testosterons signifikant in deinem Blut angestiegen ist. Und sechs Wochen, würde ich sagen, mindestens, bis man die ersten Auswirkungen eines Östrogens eventuell abschätzen kann. Deswegen ist vielleicht sogar acht Wochen das Beste. Mach acht Wochen. So, am Anfang und acht Wochen. Und ja, das wird beide Male 300, 400 Euro kosten. Darüber haben wir gesprochen. Wenn du die Kohle nicht hast, Stoff nicht. Ganz einfach. So, jetzt wollen wir uns nochmal über Östrogen unterhalten. Ich weiß, ich habe in der Vergangenheit oft den Anschein gemacht, als würde ich Östrogen immer komplett unterbinden wollen. Das ist nicht wahr. Ich finde, Östrogen ist ab einem bestimmten subjektiven Punkt bei jedem Menschen dazu prädestiniert, Probleme zu machen. Bis dahin ist es gut, gesund und wichtig. Das habe ich aber auch schon öfter in Videos gesagt. Östrogen ist verdammt gesund. Um euch eine Range zu geben, möchte ich euch aber jetzt nicht verwirren. Das ist individuell. Ich hatte Leute im Coaching, die hatten bei einem Östrogen, das bei leicht über 50, 60 war schon Probleme. Ja, die Range ist 40. Sagen wir, beim anderthalbfachen hatten manche schon Probleme. Dann musst du es unterbinden oder das Testosteron runterfahren oder ein DHT dazu stacken, was meist nur bedingt hilft. Und ich hatte Leute, die haben tatsächlich schon mit relativ niedrig erhöhtem Östrogen die ersten Probleme gehabt. Das sind meistens eben auch die, die übergewichtig waren, die keinen guten Lebensstil hatten und so weiter. Das korreliert alles miteinander. Deswegen, wie gesagt, macht euch das zur Mission, was ich vorher gesagt habe. Startet möglichst sauber in die Sache rein. Das ist wichtig. Und jetzt kann ich euch einen Durchschnittswert geben. Bei fast allen meiner Athleten funktioniert das Östrogen beim anderthalbfachen ungefähr sehr, sehr gut. Sie haben keine Nebenwirkungen, sind gesund, halten gesundes Maß an Wasser, haben guten Sexualtrieb, haben ein stabiles Immunsystem. Alles ist super. Das ist ein Wert um die 60 rum. Bei allem, was drüber geht, fangen dann, wenn ich mir so eine Tabelle angucken würde und jetzt einen Durchschnitt bilden würde, bei allen fängt so 60 aufwärts, fangen die Probleme an. Höherer Blutdruck, roter Kopf, Libidostörungen, manchmal Stimmungsschwankungen, so ein bisschen intensiver spüren, was so Stimmungen angeht. Das macht auch das Östrogen. Empfindliche Brustwarzen. Diese ganzen Sachen fangen so ab 70, 80 an. Man kann pauschal sagen, ich weiß, das ist eine sehr kontroverse Aussage, aber man kann sagen, pauschal, ab dem Doppelten des Östrogens gehen fast immer Probleme los. Also wenn du das Doppelte an Östrogen hast, würde ich mindestens mal jeden Tag den Blutdruck messen. Wenn du sagst, ich habe keine Probleme, du weißt meistens gar nicht, welche Probleme du hast. Ich höre immer wieder, also bei mir ist das Östrogen super, 80, 90, ich habe keine Probleme. Wenn du nicht jeden Tag Blutdruck misst, weißt du nichts über deine Probleme. Denn Östrogen kann den Blutdruck erhöhen über Wasser. Erhöhter Blutdruck über längere Zeit, wird deine Nieren schädigen. Das heißt, das Herz-Kreislauf-System ist in akuter Gefahr. Und insofern solltest du, wenn dein Östrogen ab 60 aufwärts ist, zumindest stichprobenartig immer wieder Blutdruck messen. Das würde ich dir raten. Abgesehen von den Blutbildern natürlich. Ansonsten, wenn du dich sonst gut fühlst, hast du kein Problem. Es ist alles in Ordnung. Denn Östrogen ist wichtig und auch anabol. Insofern ist alles super. Und insofern habe ich auch immer davon abgesehen, Östrogen zu früh zu blocken. Es sei denn, der Athlet hat betreffende Symptome gezeigt. Und dann bin ich, auch wenn immer wieder gesagt wird, Aromatase-Hämer soll man gar nicht benutzen, bin ich, wenn ich keine andere Möglichkeit sehe, durchaus ein Freund davon, auch einen Aromatase-Hämer einzusetzen. Im besten Fall nur kurzzeitig. Dann mal wieder absetzen, gucken, ob es besser geworden ist. Vielleicht durch ein höheres Maß an Muskulaturen, weniger Körperfett. Das kann sich ja alles nochmal verändern. Die Karten mischen sich neu. Aber grundsätzlich würde ich versuchen, ohne Aromatase-Hämer zu arbeiten. Im besten Fall vielleicht aber einen parat zu haben für alle Fälle. Wenn Aromatase-Hämer, in meinen Augen dann Eximistan. Das ist der gründlichste. Das ist ein Suicide-Inhibitor. Das heißt, der tötet die Aromatase und bindet sie nicht nur. Also wenn überhaupt, dann ein Eximistan. Ich habe ein Stoff 1x1-Video zu Aromatase-Hämern. Da könnt ihr reinschauen. Das heißt, 250 Milligramm haben das ausgelöst. Okay, jetzt könnte man sagen, es ist der absolute Super-Responder. Und insofern, weiß ich nicht. Gilt das denn wirklich für mich? Gilt das für dich? Reden wir mal von ein, zwei weiteren Beispielen, die keine Super-Responder sind. Ich hatte ein sehr ähnliches Beispiel im Coaching. Da habe ich auch jemanden runterdiätet. Und er hat eine sehr ähnliche Anzahl an Gewicht zugenommen in einem Jahr. Auch mit 250 Milligramm Testo. Er hat einfach nicht aufgehört zu wachsen. Wir haben Training angepasst. Wir haben Ernährung angepasst. Und wir haben einfach, und das wird immer wieder von euch allen unterschätzt, die alle glaubt, ihr könnt trainieren. Wir haben in den Personal Trainings jede Übung so zu 100% verfeinert, dass er die Zielmuskeln perfekt getroffen hat. Das ist das, was die meisten von euch vernachlässigen, weil sie mehr Gewicht bewegen wollen. Sie bewegen nicht mehr zu 100% mit richtiger Technik. Und dadurch schmeißt du viel Potenzial weg. Das heißt, konzentriert euch genau auf diese Sachen, dann funktioniert das. Und ich würde, ungelogen, das ist die Quintessenz dieses Videos, ich würde für jeden, der anfängt, ein ganzes Jahr lang erstmal die 250 Milligramm einhalten und danach Bilanz ziehen, wie viel du aufgebaut hast. Das gibt dir ein realistisches Bild darüber, wie gut du auf Steroide reagierst, wie gut dein Training, deine Ernährung ist und was du für die Zukunft vielleicht wissen solltest. Wenn du nach zwei, drei Monaten, da fängt das Ganze erst richtig an, schon anfängst, was dazu zu stacken, wirst du nie wissen, wie gut du reagierst, wie gut du respondest. Du wirst nie wissen, wo deine Toleranzschwelle ist. Und insofern würde ich tatsächlich immer sagen, du solltest für dich, wenn du eine Verlaufskurve hast der Muskulatur und die geht so natural und bei Testosteron geht sie tatsächlich so, das reicht doch erstmal. Das ist ein Unterschied. Nimm das erstmal. Kontrollier dein Blut, kontrollier dein Östrogen und schau ganz genau, was passiert und kümmere dich verdammt nochmal darum, dass das Testosteron einfach da ist und vergiss es wieder und kümmere dich um die anderen Parameter. Ein weiteres, würde ich sagen, prominentes Beispiel ist der gute Benedikt. Benedikt hat auf jeden Fall keine Elitegenetik. Benedikt ist aber der härteste Arbeiter, den ich kenne. Und genau das hat er bewiesen. Und deswegen nehme ich ihn nochmal als absoluten Kontrast zu dem guten Paddy. Denn Paddy hat besser responded, als man es sich jemals hätte erträumen können. Benedikt wiederum ist von Anfang an, seit er trainiert hat, kein guter Responder gewesen. Wir haben Benedikt natural auf über 5000 Kalorien hochtapern müssen, damit er überhaupt gewachsen ist. Und ich weiß, dass er das alles gegessen hat. Ich habe ihn erlebt. Ich weiß, wie ernst ich Benedikt nehmen kann. Ich habe, seit er 16 ist, nonstop mit ihm zu tun. Wir tauschen uns viel aus. Wir sind Freunde geworden. Ich weiß ganz genau, was er macht. Und ich weiß, dass er das alles gegessen hat. Und es hat sehr lange gedauert, bis er wirklich zugenommen hat. Und er hat sich schon sehr viel immer mit Trainingstechniken auseinandergesetzt. Ich kann mich sehr gut an seine ersten Personal Trainings erinnern. Da hat er tatsächlich den Trainingsansatz von Markus Rühl verfolgt. Das ist kein Scheiß. Der hat wirklich gesagt, schwer und falsch. Und er hat genauso trainiert. Er hat das voll ernst gemeint. Ich bin froh, dass ich dahingehend Einfluss auf ihn hatte. Und momentan ist er, glaube ich, der größte Trainingsnerd überhaupt. Denn er beschäftigt sich so sehr mit allem Möglichen, von mechanischer Spannung bis hin zu einseitigem Training, was eine bessere Belastung darstellt und so weiter und so fort. Regeneration. Das wiederum hat es aber auch ausgemacht. Und das ist nochmal für euch eine Lehre. Wenn wir jetzt einen nehmen, der scheinbar kein so guter Responder ist. Er hat es plötzlich geschafft, mit Arbeit und Fleiß natural sehr viel zuzunehmen. Nämlich knappe 30 Kilo. Ja, so ist er tatsächlich wirklich auf ein sehr respektables Niveau gekommen. Und dann hatten wir angefangen, nach seinem naturalen Wettkampf zu injizieren. Und das waren auch nur 250 Milligramm Testosteron. Wir haben neulich ein Video für euch abgedreht. Ich kann hier schon mal spoilern. Ihr werdet den Formcheck noch sehen. Aber der gute Benedikt hat geschlagene 36 Kilo zugenommen. Seit seinem GNBF-Wettkampf. 36 Kilo. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie viel davon ist Muskulatur? Denn wenn man ihn sich anschaut, sieht man natürlich, wir reden hier nicht von 36 Kilo Trockenmasse. Aber schaut euch einfach den Formcheck an. Und dann urteilt selbst. Denn vieles davon ist verdammt nochmal Muskulatur. Und ich wiederhole, nur 250 Milligramm die Woche und harte Arbeit. Guckt euch links und rechts um. Wie viele Leute kennt ihr, die Trembolon nehmen, die anfangen, ein erster Stack, Testosteron, Trembolon, Dianabol. Die haben nicht halb so viel aufgebaut. Woran liegt das? Ist der Stoff schlecht? Nein, ist er nicht. Es liegt daran, dass diese Menschen die anderen Parameter völlig vernachlässigen. Sie verstehen nicht, dass das Testosteron eine Weiche ist, die du stellst, die es dir erlaubt, mehr Trainingserfolge rauszuholen. Aber für den Trainingserfolg selbst musst du sorgen. Und Benedikt ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das funktioniert hat. Das heißt, er sollte jedem anderen, der jetzt da draußen sitzt und sagt, ich habe vielleicht nicht die Elite-Genetik, sollte Benedikt das Nummer 1 Beispiel und Vorbild dafür sein, wie viel man aufbauen kann, wenn man sich zu 100% in alles reinversetzt. Kritisiert ihn dafür, kritisiert mich dafür, dass Benedikt zu früh gestopft hat. Aber Fakt ist, er hat bewiesen in dem einen Jahr, dass der Vertrauensvorschuss von mir an ihn gerechtfertigt war. Er hat bewiesen, dass er sich mehr mit allem beschäftigt als alle anderen. Und das sollte euer Vorbild sein, dass ihr, wenn ihr denn stofft, euch nicht auf das Erhöhen des Stoffs fokussiert, sondern erstmal diese Variable laufen lasst und danach alle anderen Parameter 100% optimiert. Denn dann könnt ihr solche Zahlen wie Paddy 30 Kilo in einem Jahr, Benedikt 36 Kilo in einem Jahr mit nur 250 Milligramm Testosteron die Woche rausholen. Macht euch das bewusst. Bei Benedikt war es übrigens so, dass er etwas empfindlicher auf Östrogen reagiert hat, denn er hatte schon von der Pubertät eine kleine Gynung. Also er hat so die Tendenz dazu, dass Prolaktin, Östrogen und so weiter ein bisschen durcheinander spielen. Deswegen haben wir zwischenzeitlich mit Aromatase-Hemmern gearbeitet. Und das Hauptsächliche, was wir aber gemacht haben, so sehr er auch gebettelt hat, um das jetzt mal so zu liegen, wir haben nichts geändert. Das 250 Milligramm Testosteron, die sind die ganze Zeit gleich geblieben. Und damit sind diese Erfolge zustande gekommen. Und ich habe davon noch viel, viel mehr Beispiele. Denn bei fast jedem, der mit mir anfängt zu stoffen, läuft es so ab. Wir bringen denjenigen in Form. Deswegen, wenn du dich nur fürs Stoffen bei mir meldest und du bist nicht bereit, diesen Weg zu gehen, lass es bitte. Lass es einfach, verschwinde nicht meine Zeit. Ich möchte jemanden, der die emotionale Reife aufbringt, sich selbst in Form zu bringen, mit mir als Coach, damit wir beide Erfahrungswerte sammeln und dann diesen Weg gehen können, sodass er auch so eine Transformation hinlegen kann. 10 Kilo Muskelmasse, 30 Kilo Aufbau, wie auch immer. Welche Zahlen davon auch immer reine Muskel waren oder nicht, das haben wir natürlich weder mit einem Dexascan noch mit irgendwas messen können. Aber ich finde, an sich, die Zahlen sprechen für sich und die sind genau so gewesen. Und wie viel Muskelmasse ein Benedikt noch behalten wird, das werden wir natürlich auch noch sehen. Aber man kann doch wirklich davon sprechen, dass wir hier Erfahrungswerte haben. Und die habe ich noch mit viel mehr Leuten aus dem Coaching. die sagen, dass 250 Milligramm die Woche für einen vorher natural gewesenen Athleten, der runterdiätet war, also plus Rebound-Effekt, den du von der Diät sowieso hast, weil leere Glykogenspeicher, weil bessere Insulinsensitivität völlig ausreichen, um erstmal ein riesiges Maß an Muskulatur aufzubauen. Und wie viel mehr wird dir denn mehr bringen? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Wenn du merkst, dass du nach einem Jahr ein gewisses Maß an Muskulatur aufgebaut hast, dann kannst du erhöhen. Und jetzt kommt das Nächste. Es geht hier nicht um die Rezeptorsättigung. Ja, ob das so ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ist es wirklich so, dass deine Rezeptoren gesättigt sind irgendwann und kein Testosteron mehr andocken kann? Das steht momentan stark in der Kritik und scheint gar nicht der Fall zu sein. Ich sag dir warum oder woran du das festmachst. An deiner Muskelmasse. Du baust supraphysiologische Muskelmasse auf mit supraphysiologischem Testosteron. Das heißt, eine gewisse Dosis supraphysiologisches Testosteron bringt dich zu einer gewissen supraphysiologischen Muskelmasse. Wenn du das erreicht hast, wirst du um noch weiter nach oben zu kommen wieder mehr Testosteron brauchen. Das heißt, wie viel Testosteron du brauchst richtet sich danach wie viel Muskelmasse du hast und wie lange du das schon nutzt, weil du dadurch mehr Muskelmasse aufgebaut hast und mehr Kraft und weitere Muskelmasse brauchst und einen weiteren Anabolismus, um das Ganze aufrecht zu erhalten. Natürlich auch durch Ernährung und Training. Und das heißt, das sollte für dich wichtig sein. Verspiel diesen Joker nicht zu früh, denn du wirst mit mehr Testosteron nicht zwingend noch mehr Muskelmasse aufbauen. Wahrscheinlich wird dein Körper einfach nur früher mit Östrogen reagieren und du kriegst früher Probleme mit dem Blutdruck, Gynäkomastie und allem drum und dran. Bedenke das. Insofern Abschöpfungsprinzip. Schöpfe das ab, was du hast und dann spiel deinen nächsten Joker aus. Das ist klug. Das ist logisch. Und bevor du eine Variable stark erhöhst, denk daran, neue Variablen mit ins Spiel zu bringen. Darüber werden wir in einem der nächsten Videos sprechen. Wie stackt man eigentlich klug was dazu? Heute geht es nur darum, was der erste Stack ist und ich weiß, viele von euch sind vielleicht enttäuscht, aber in meinen Augen ist der erste Stack 250 Milligramm Testosteron die Woche. Und wenn du damit nicht aufbaust, bist du das Problem und sonst niemand. Das ist Fakt. Letzter kleiner Abschnitt. Wie wird das Testosteron denn am besten appliziert? 250 Milligramm Testosteron in Antat die Woche sollten im besten Fall mindestens zweimal die Woche appliziert werden. Heißt nicht zweimal 250, das heißt wir teilen die Menge durch zwei und wir injizieren zweimal 125. Alle 3,5 Tage. Am praktikabelsten ist zum Beispiel Montag und Donnerstag. Das kann meistens dein Hormonsystem kann das am besten ab. Du hast dann sehr wenig Schwankungen. Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, machst du es genau alle drei Tage, dass du es halt immer hochrechnest. Dann musst du die Dosis halt ein bisschen anpassen oder du machst es alle zwei Tage oder dreimal die Woche einfach. Da gibt es auch so im Prinzip Dienstag, Donnerstag, Samstag. Du teilst entweder 250 Milligramm durch drei oder durch zwei und so legst du die Tage fest. Du wirst bitte nicht einmal die Woche 250 Milligramm injizieren. Ich weiß, das wird teilweise in THTs so gemacht. Ich weiß, das wird im Bodybuilding, da wird es schon eher so gemacht. Da finde ich es auch nur halb so verwerflich wie in THTs. Testosteron Inlandat hat eine Halbwertszeit von fünf Tagen, sagt man. 5,5, wie auch immer. Abgebaut wird das Ganze so ungefähr ab dem dritten Tag. Da geht die Kurve steil wieder nach unten. Geht hoch, geht runter. Hier bist du dann irgendwo bei fünf Tagen. Dann wieder zu stechen, kannst du machen. Immer den hier runter und dann wieder hoch. Aber willst du nicht eigentlich hier bleiben? Besser, oder? Also auch für dein Hautbild, Hormonschwankungen, Stimmung, Libido, Gesundheit. Deswegen, nimm genau den Zeitpunkt, an dem das Testosteron wieder abfallen möchte. Das ist in der Regel so nach drei Tagen, das Inlandat. Dann hast du einen stabilen Marker, den du die ganze Zeit hast. Also, egal wie du es machst, alle drei bis 3,5 Tage, so ungefähr, solltest du injizieren. Und dann summierst du das, dass du auf eine Woche 250 Milligramm kommst und das war's. Mach deine Blutbilder, mach dein Training und warte ein Jahr ab. Und dann zieh Bilanz. Und dann such den Fehler verdammt nochmal bei dir und nicht beim Stoff. Denn du kannst meistens etwas besser machen. Nicht der Stoff. Du kannst meistens die Übung besser machen. Die Übung ist meistens nicht schuld. Es ist immer der, der sie macht. Das heißt, frag dich, was kannst du verbessern. So wirst du dich für immer verbessern. Wenn du von Anfang an immer die Frage stellst, was kann ich eigentlich noch besser machen, dann wirst du weiterkommen. Wenn du den Fehler woanders suchst, wird es schwierig. Das ist überall im Leben so. Auch beim Stoffen. Insofern war's das schon mit dem Video. Bist du enttäuscht? Schreib's ehrlich in die Kommentare. Glaubst du mir nicht? Schreib's ehrlich in die Kommentare. Zweifelst du an dem, was ich gesagt habe? Schreib's in die Kommentare. Ist gar kein Problem. Ich kann das alles so aus Erfahrung in meinem Coaching berichten. Und das ist die weitere Fußnote. Es muss noch nicht ich sein. Aber such dir einen Coach. Such dir jemanden, der einen objektiven Blick hat und alles in Ordnung setzt. Denn du selbst wirst nie objektiv entscheiden. Du selbst wirst immer so entscheiden, dass es dir am liebsten ist. Und du wirst dir viele Dinge schön reden, die völlig unnötig sind. Du wirst dir jede dumme Entscheidung klug reden. Und das wird ein Coach nicht tun. Ein Coach hört zu und sagt, nö, Schwachsinn. Machen wir nicht. Und das ist auch richtig so. Jeder braucht diesen Menschen in seinem Leben. Such dir einen davon. Denn das garantiert deinen Erfolg. Ja, insofern würde ich sagen, das war's schon wieder mit diesem Video. Schreibt euer Feedback in die Kommentare. Der erste Stack wurde jetzt also geleakt, wie er am besten ist. Ich weiß, das enttäuscht viele von euch. Aber ich bin mal gespannt, was ihr schreibt. Deswegen höre ich mir das gerne an. Also schreibt es in die Kommentare. Freut euch auf die nächsten Teile dieser Reihe. Da gehen wir noch ein bisschen mehr da rein. Wie zum Beispiel erhält man seine Gesundheit langfristig aufrecht? Das ist, glaube ich, ganz interessant. Dann, wie ergibt es Sinn, etwas dazu zu stacken? Nach welchen Kriterien wählt man das aus? Und wann ist von irgendetwas eine Toleranzschwelle erreicht, die man vielleicht nicht überschreiten sollte? Welche Steroide oder welche Zutaten sind veraltet und sollten vielleicht gar nicht genutzt werden? Und welche bringen wirklich Benefits? Das alles können wir hier noch besprechen. Deswegen warte ich auf euer Feedback zu diesem Video. Wenn ihr wollt, dass es weitergeht, schreibt es in die Kommentare. Hashtag nächstes Video und schreibt gerne eure Meinung noch dazu. Liked das Ding, teilt das bei euch in der Instagram-Story, markiert mich. Ich würde es gerne weiter teilen dann. Ich reposte sehr gerne und daran werde ich merken, ob ihr einen weiteren Teil haben wollt oder nicht. Wie gesagt, ich habe hier nichts zu verlieren. Ich habe mein Coaching-Team und es funktioniert wunderbar. Ich biete euch also die Möglichkeit, schonungslose, ehrliche Beiträge aus meinem Coaching-Team zu bekommen und aus meiner Erfahrung. Und das kann euch helfen. Wenn ihr das nicht wollt, ist das kein Problem, denn die Leute, die es wollen, die bekommen das im Coaching. Also, in diesem Sinne habe ich mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.